Ja, hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Spyro und wir sind immer noch bei diesem Boss und wir werden sehen, wie wir gegen ihn jetzt zurechtkommen. Ähm, äh, komm, aua, nein, okay, das war schon mal ganz schlecht angefangen. Aua, aua, aua. Wieso macht er eigentlich so viel Damage bei mir? Das finde ich voll komisch. Oh, wo kommt der einfach mal her? Aua. Aua. Oh, der ist ja schon fast unmöglich hier, ey. So ein Mist aber auch. Aua. Oh nein, was soll denn der Scheiß? Oh, ich lebe noch. Ua. Ah, jetzt nicht mehr. Schade. Äh, ja. Neuer Versuch. Ah, guck mal, wie der Scheiß wird in diesen 10 Minuten, weil ich nicht schade, mach ich ja den nächsten 10 Minuten mal so. Ah, ja, ich muss mich überleid, ich muss mich überleid, ich muss mich überleid, ich muss mich überleid. Ah, nein. Also, ich kann mich überleid, ich kann noch nicht mehr so einfach. Oh, ich kann mich überleid. Äh, was soll denn hier Scheiß noch her? Ich hatte eine Monatung von der Wand, ey. Aua. Äh, du kommst du hier, was soll denn hier Scheiß? Du doch, total. Wieso werden die nicht immer tot kriegen? Hmm. Und man hat ja auch keine wirkliche Strategie gegen diesen Kerl, weil der einen einfach nur aufregt. Gehlich sterben. Aua. Oh, leckt mich durch dieses Vieh, äh, weißt du? Aua. Oh man, manchmal habe ich das Gefühl, ich stelle mich einfach zu blöd an für diese Viecher, ganz ehrlich. Aua. 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 Das macht er wieder einen Schlag, dann bin ich eh tot, na, ganz toll. Ja, super. Ähm, Mann. Egal, ich schaffe das noch, also das war ja schon besser und das muss ich aber noch eine Runde üben und ich zeige euch das jetzt einfach, oder ich zeige es euch wieder nicht. Wahrscheinlich wird es wie bei der Naga wieder auf 30 Mal hinauslaufen und ich zeige euch dann wieder das finale Mal, wo es funktioniert hat. Aua. Aua. Okay, also wenn er da rumsteht, dann sollte ich nicht hauen. Äh. 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 Ah, okay, er hat auch drauf. Also er hat es ja irgendwie drauf, aber irgendwie auch nicht. Aua, aua, ah, aber seine Kombo macht mir wesentlich mehr schalte als ihm meine. Er hat es ja auch wie zu nadeln, ey. Hallo? Nein, warum? Ah, Mann. Egal, es wird besser und es wird besser und es wird nicht besser. Na super. Warum macht er jetzt schon gleich mit vornherein diesen Holzblock-Kerl? Na super, nein, ich kann ihn gleich wieder aufgeben, weil er mir schon wieder knapp die Hälfte abgezogen hat. Äh. Aua. Äh, so. Hä, wie konnten wir gerade aus meiner Kombo weghüpfen, hä? Also irgendwie ist das ja leicht und knackt, dass er aus meinen Kombos rauskommt. Äh. 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 Äh, äh. man kann darum sieht man doch gar nicht was wir gerade ein will nein wenn jetzt ich hoffe doch nicht nein 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 nicht töten jetzt bitte komm jetzt stirb einfach geht doch gerade auch geil einfach nur arg sonst nichts keine drohung zum abschied kein visas pro enttäuschen man sollte doch meinen dass jemand der einen blauen schlaferzug trägt einen dramatischen abgang gewählen würden aber nein also mir reicht eigentlich schon was du an schlauen sprüchen abgibt da kann ich auch noch wenn maulen gut verzichten los jetzt war es wir suchen historiker hoffentlich ist das wenigstens ein bisschen dramatisch als dieser typ ja ist doch geil und wir kriegen maximale energie oder fertig ja weiß ich nicht egal dann speichern wir jedoch start da und dann war es uns wieder viel folge wir sehen uns beim nächsten mal wieder auf wiedersehen